Außergewöhnliche Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Um Ihren und unseren Schutz zu gewährleisten, bieten wir Ihnen neben realen Besichtigungen insbesondere auch unsere virtuellen 3D-Touren durch unsere Immobilien an. Mit Hilfe von modernster Technik ist es uns möglich, in wenigen Stunden einen fertigen 3D-Rundgang zu generieren. Diesen können Sie kostenfrei auf Ihrem Computer oder Tablet von zu Hause aus aufrufen und sich in Ruhe ein Bild von der Immobilie machen. Schreiben Sie uns jetzt. Alles Gute und bleiben Sie gesund!